Anmerkung, ihr habt mich mit verdammt guter Laune erwischt. Ich habe diesen sogenannten Nikolaus gemacht. So, meinen Nikolaus-Weihnachtsgruß konnte ich leider nur nach Feierabend machen, deswegen ist es jetzt ein bisschen dunkler. Ihr seht, dass es hell ist, das habe ich jetzt vorproduziert. Ich habe also einen Nikolaus-Gruß an euch geschickt, an Erdogan, Nils, Pia und alle anderen, Mischa, Defara, wie die alle heißen. Ich begrüße euch total recht herzlich am Set, zu Hause, gemütlich, bei der Familie, bei den Freunden, nicht nur Erdogan, Nils, Pia, Mischa und alle anderen. Nein, wirklich auch Kunden und auch allen Zuschauern und Anita und Maya und alle, die zum Club gehören, zum Filmclub, zum Cobra 11, New Club, Cobra 11, Alarm für Cobra 11. Ganz neu, keine Ahnung, wie der Vorspann wird, keine Ahnung, wie das Ganze gemacht wird. Es ist alles neu. So, ich hatte das riesengroße Glück, alle Aufnahmen, die haben auch ziemlich grimmig geguckt, aber ist halt gemacht worden, James Bond. Und Alarm für Cobra 11 ist für mich an sich James Bond, die Geschichte eines Kommissars und so weiter. Man könnte natürlich wunderbar neu drehen, man könnte auch wunderbar eine neue Story erfinden, ab 2020, so Kommissararbeit etc. pp. müsste man aber an Drehbücher arbeiten und so weiter. Man könnte dann alle, die man jemals bei Cobra 11 gehabt hat, dann adaptieren, übernehmen. Ein Kommissar ermittelt, Erdogan ist für mich wie Knight Rider, ein Mann, ein Auto und eine Foundation, so ungefähr. Also, ich möchte allen heute am Nikolausabend und am Nikolaustag im Jahre 2019, ich habe euch die Fotos ja zugänglich gemacht. Das, was ich mir ausgedacht habe, habe ich an die Scheibe und wenn die Leute es mögen, können sie lesen, sie können also stehen bleiben, sie können lesen, sich informieren. Ihr Stars seid also auch in Hall of Fame an dieser Wand, an dieser Scheibe, die gerade heute am Nikolaustag und an der Nikolausvortag, also Nikolausnacht, wunderbar angestrahlt war. Und ich bedanke mich total und recht herzlich für die vielen Besuche, die hier stattgefunden. Ich bedanke mich natürlich jetzt auch an alle Kunden, die das durch Zufall sehen sollten, auch an die Musiker, denen ich da eine Freude gemacht habe. Ich habe mich also hingesetzt und eine CD gemacht. Ich kann das. Also noch einmal, ich bin Filmproducer, Filmproduzent, Filmemacher und ein Filmautor. Da ich jetzt aber genügend Alter auf dem Puckel habe, habe ich mir auch gedacht, komm, du bist so alt, wie alt du auch bist und darum kannst du vor laufender Kamera kleine Geschichten erzählen. Ob die gemocht werden, weiß ich nicht. Wir wissen alle, dass die Firma TubeOne und WebDia das Sagen haben. Da komme ich nicht gegen an. Es ist halt so, eine Macht wird ausgeübt. Es ist traurig. Wir haben eine winterliche, weihnachtliche Zeit. Und wir wissen alle, ich habe mir bei Netflix und auch bei den anderen Anbietern, also wenn man einen sagt, muss man alle sagen. YouTube, Amazon, demnächst Disney Plus und jetzt Netflix, mir die weihnachtlichen Geschichten angesehen. Ich fand es wunderbar, einzutauchen vom 5. bis zum 10. sage ich jetzt mal, werde ich das tun. Und nachher werde ich das auf Weihnachten machen. Nur so viele gibt es nicht. Natürlich auch kindliche, aber da stehe ich jetzt nicht so drauf. Also ich schaue mir schon die Sachen an, die da gedreht wurden. Ich habe auch Frank Wendler ins Schaufenster gepackt. Ich habe euch alle ins Schaufenster gepackt. Die Pia, den Erdogan, den Nils, als Hommage, als Dankeschön, dass ihr vor laufender Kamera uns richtig unterhalten habt und immer noch unterhaltet. Und die anderen werde ich heraussuchen. Die kommen dann auch in the hole of fame. Es war einmal Cobra 11, aber das werde ich dann wohl machen, wenn Cobra 11 25 Jahre geworden ist. Dann werde ich so hole of fame, Alarm für Cobra 11 etc. Ich schaue mir nämlich jetzt erstmal das Neue an, bevor ich im Alten schwelge. So, eigene Werbung muss auch sein. Wie gesagt, ich bin nun mal Filmemacher, bin Filmautor, Filmemacher und mache Fotofilm und alles. So, für mich musste ich auch mal Werbung machen. Ich mache unheimlich gerne für euch Werbung, weil ich fühle mich so gar nicht wichtig. Also ich fühle mich nicht so wichtig, dass ich hier unbedingt Werbung für mich machen muss. Ich mache unheimlich gerne für euch Werbung. Ich unterhalte mich unheimlich gerne mit euch. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Nils. Mit Erdogan habe ich mich nur sehr kurz unterhalten. Er ist ja auch schwer in Arbeit. Ja, okay. Gucke ich gleich nach. Man sollte nie auf den Monitor achten. Also, bewegte Bilder für den Kopf, das sind wir, beziehungsweise das bin ich. Bewegte Bilder für den Kopf, das mache ich. Und ich mache also eine Menge. Ich muss jetzt auch mal Werbung machen. Und zwar Tutorials, beziehungsweise Erklärvideos. So wie dort jetzt hier ist ein Erklärvideo. Dann Produkt Werbespots ist klar. Mache ich ja auch für euch. Werbespots, kein Thema. Imagefilme, Eventfilme, Screencasters, Webcasters, Animation und Musikclips. Deswegen war der auch den Nikolaus so gemacht. Also Musikclips ist klar. Was soll ich denn jetzt den Vollprofi sagen, was wir alles machen. Also das ist jetzt die Ansage für die Leute, die keine Ahnung haben und Fragen, Fotos, ist klar aller Art. Snapsues, Grundidee des Films, Exposé, Basis für die Story, Treatment, Vorstufe für das Drehbuch, Drehbuch, Storyboard und Modeboard. In Zusammenhang mit Illustratoren. So. Worte geben Bilder einen Namen. Und ein Bild wiederum sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Im Film werden Ihre Bilder, wird Ihre Botschaft lebendig. Für Ihre Information und Emotion, die Sie transportieren wollen. Sie erreichen damit Ihre Zielgruppe, Ihre Interessen und Kunden noch besser. Ist ja logisch, oder? Sie fördern Identifikation und stiften Identität für Ihr Unternehmen. Ihre Leistungen, Ihre Produkte oder Ihre Themen. Beauftragen Sie mich zum Beispiel für das Schreiben oder Entwickeln von Snapsues, Exposés, Treatment, Drehbuch, Storyboard, Modeboard, Feinkonzept, Grundkonzept, grobes Konzept, fangen wir auf. So. Und dann noch einmal Tutorials, Produkt, Image, Event, Screen, Web, Animation, Musikclips zum Beispiel. Beim Film geht es auch um das Anderssein. Ideen jenseits des Mainstreams bleiben im Kopf und wecken Emotionen. Sprechen Sie mich einfach an. Genau. Jetzt habe ich auch mal weihnachtliche Werbung gemacht. Da wird nichts. Ist nicht so schlimm. Woran das liegt, habe ich schon mal gesagt. Tutorial-Webdia-Tube1. Gibt es einfach mal bei Google ein. Tube1. Und dann seht ihr da die Wahnsinns Promotion Gesellschaft. Oder gebt einfach nur Webdia ein. Und dann seht ihr die andere. So. Das sind 10 Millionen Aufträge. Das sind 10 Millionen schwere Firmen, die richtig mit ihren Influenzias arbeiten. Die mit Jugendlichen arbeiten. Die euch vieles, vieles, vieles verkaufen. Und ihr glaubt, das sei alles richtig. Das ist es nicht. Meiner einer ist eine echte Person. Und echte Person schaut an bei Semir, schaut an bei Nils, wie viel da doch hinter stecken. Nicht viel. Ist halt so. Und das sind waschechte Schauspieler, waschechte Akteure vor der laufenden Kamera. So. Ich drücke jetzt zu Weihnachten 2019 allen, wirklich allen die Daumen. für ein neues Cobra, für ein neues Fernsehen, für eine neue Sicht auf Erdogan, Pia, Nils. Nils muss bleiben, meine Lieben, Freunde. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Also Erdogan muss bleiben, Nils muss bleiben. Bei Pia muss ich erst bewähren. Ich sag dir mal, sie muss auch bleiben. So. Die drei haben wir dann schon mal. Und den Rest wissen wir noch nicht. Ich weiß es zwar. Ich darf auch wieder dazu nichts sagen. Ich kenne auch Vicky. Also Vicky finde ich auch toll. So am Rand der Marke sein. Okay, Ladies and Gentlemen. Now we are presents. Ja, aber wir are movie. Filmproduktion. Meiner, einer. Und ich freue mich, dass ihr euch freut. Und ich freue mich, dass ihr auch zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr überhaupt da seid. Ich freue mich, dass ihr überhaupt vorbeikommt. Ich freue mich, dass ihr fast dasselbe mögt, was ich mag. Ich mag Weihnachten. Ich mag diesen Flair. Ich habe hier auch weihnachtlich alles so gestellt. Hallöchen. Was brauchen wir? Und das ist der Beweis, wenn Kunden eintreten, hier auch Künstler eintreten. Also an alle Künstler, ihr wollt euch nicht schämen. Die Kameras sind dann aus. Wirklich, alle Kameras sind aus. Nur wenn ihr grünes Licht gebt oder Lust habt, euch hier hinzusetzen, habt ihr ja auch schon gesehen. Frank Wendler saß hier schon. Diverse andere saßen hier schon. Von RTL saßen hier schon. Komparsen saßen hier schon. Ja, also hier saßen auch schon andere große Größen, die ich leider gelöscht habe, aus welchem Grund auch immer. Kann ich mal wieder raussuchen. Also noch einmal, ihr seid total recht herzlich willkommen hier in diesem Studio. Hier steht auch ganz groß Carpe Diem. Das nutzt den Tag. Cobra 11, RTL, alles ist hier. Ist halt so. RTL 1988, das war so cool, wie alles angefangen hat. 89. Ich muss dabei sagen, in den 70ern mit Fire and Ice fing alles an. Und das war das coolste überhaupt. Das hat mich irgendwie inspiriert. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe gesehen, wie man aus dem Garnix, das war Garnix, muss ich dabei sagen, einen Film gemacht wurde. Willi Burgner ist nun mal jetzt kein unbedingter Filmemacher. Nicht, dass ich wüsste, ist Modemacher. Jedenfalls ist die Wintersportanlagen für Firma Karstadt etc. Daraus ist das alles geboren. Man hat aufgenommen, Stunts aufgenommen, die waschecht waren, die manchmal auch sehr gefährlich waren, wenn eine Lawine ausgelöstet war. Aber da gab es noch kein Greenscreen. Es gab zwar Bluescreen schon zu dem Zeitpunkt. Und er wurde da nicht so großmächtig aufgebaut, so wie jetzt bei James Bond gerade, was da gedreht wird für 2020 oder für euch. Cobra 11 habt ihr mittlerweile ja auch Greenscreen. Damals habt ihr ja nur über mich gelacht. Aber ihr lacht ja Gott sei Dank nicht mehr. Heute tut ihr ja so, als ob ihr mich nicht kennen würdet. Soll mir auch egal sein. Aber ist halt so. Ich habe das Ganze in den 60er bis 80er Jahren vorgestellt. Ich bin wie so ein Klüngelskerl. Ey, schau doch mal. Und dann den Amiga. Erst den C64, dann den Amiga im Schlepptau. Dann den ersten P90 im Schlepptau. Und alles. So. Jetzt schreiben wir das Jahr 2019. Und ich mache mal den Lauten. Es kann ja nicht sein, dass wir aus der Vergangenheit das Ganze euch gegeben haben. Und Sir Berners-Lee. Hashtag for the web. Gib das mal ein bei Google. Hashtag for the web. Ja, wir sind jetzt sozusagen die Loser, die Pelominos der damaligen Zeit. Ja, ist so. Ist aber nicht so schlimm. Wir hatten Spaß. Und das ist wichtig. Die Pixel-Väter in den 70er Jahren in London. Virginsoft, Kingsoft gearbeitet. Das hat so viel Spaß gemacht. Da kann ich vor laufender Kammer grönen. Leute, das war Feedback. Das war Leben. Ja, wir hatten Spaß. Wir hatten richtig Spaß. Wir waren jung. Ich war ja, also die Pixel-Väter, so hießen die. Und ich war ja nur der, der da gearbeitet hat. Ich war ja noch jung. Ich war ja 20 Jahre alt. So, heute bin ich über 60. Immer klar. Gestell. So, ich sehe die 70. Ich sehe die 70, meine lieben Freunde. Das läuft wie so ein Counter. Weißt du? Dick, dick, dick. Ja. Bis 70. Das geht also ziemlich schnell. Aber das ist auch mir egal. So, Erdogan sieht im Zenit ganz weit oben die 60. Nils sieht ganz weit oben im Zenit die 50. Also ihr wisst alle, wie alt die alle sind. Und vielleicht liegt es ja auch an der Altersgruppe. Ich weiß es nicht. Ja. Frank Wendler, ZB, sieht auch so langsam die 60. Aber erst im Zenit und so weiter. Ich habe viele hier Schauspieler, Komparsen, die alle so in diesem Dreh sind. So, ich bin gerade im Redefluss, weil ich euch ein wunderschönes Video machen möchte. Und ich hoffe, ich habe ein wunderschönes Video gemacht. Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken. Noch einmal, ich möchte mich bei Erdogan bedanken. Ich möchte mich bei Nils bedanken. Bei Pia kann ich mich noch nicht so bedanken. Aber ich sage Dankeschön, dass du da bist. Ja, und dann muss ich gucken, wer dann kommt. Kann ich nicht sagen. Erdogan schreibt mir jetzt zwar immer Namen, den ich da grüße. Ja, Misha, ja genau. Misha, den Fahrer. Den grüße ich auch von ganzem Herzen. Ich bin neidisch auf dich. Ich bin neidisch auf dich. Du hast hier das Cobra. Weil du hast hier... Mann, diesen Pullover. Ich habe mir überlegt, ich mache das alles wieder selber. Mein Lieben, Freunde. Das ist nicht versprochen, aber schon mal... Könnt ihr euch schon mal dran. Könnt ihr schon mal. Also, dass ich hier vielleicht die Produktion für T-Shirts alles wieder aufnehme im Jahre 2020. Dann kann man hier wieder T-Shirts drucken. Also herstellen. Alles Tastenteller. All so ein Blödsinn. Auch maschinenfest. Dafür werde ich sorgen. All das wieder, was ich 1995 schon für die Firma Karstatt auf den Weg gebracht habe. Werde ich nie vergessen. Deswegen komme ich gerade in diesem Redeschwall. 1995 wurde ein Automat dahingestellt. Da musste man noch mit so einer Paste arbeiten. Die wurde dann aufs T-Shirt. Dann wurde das da drauf gelegt. Dann wurde gepresst. Und die waren alle... Boah, T-Shirt mit eigenem Druck. Mit meinem eigenen Gesicht. Wahnsinn. Also 1995 sagten alle Wahnsinn. Also würden wir das jetzt erfinden. Im Jahre 2019, 2020 erfinden. Wurde gemerkt. Dann wäre wohl die Hölle los. Dann kämen alle mit ihren Fotoautomaten da. Genannt Phone. Und da bin ich gerade am Schluss... Ich sage nämlich eine Kampfansage an alle anderen, die da uns meinen, Geld zu entziehen. Aber diese VG Ward zum Beispiel klaut allen Menschen Geld. Die GEMA klaut allen Geld. Und ARD, ZDF, Deutschradio klaut uns Geld. Meine lieben Freunde, gerade genannten VG Ward, ARD und Komparsen, Konsorten da von Deutschlandfunk und so. Und ZDF, meine lieben Freunde, bitte mal umdenken. Und GEMA auch. Also das ist Raub. Das ist echter Raub. Weil wir Firmen leben von dem, was wir anbieten. Und wenn man uns das dauernd stiehlt, weil die Steuer stiehlt schon. Und ich komme jetzt drauf, weil ich heute den ganzen Tag hier Steuersachen machen muss für meine Kunden. Ich habe so viele Geschäftskunden. Wir haben zur Weihnachtszeit immer ein Ohr füreinander. Was wir im neuen Jahr konzeptionell auf den Weg bringen wollen für unsere Kunden. Und ja, meine lieben Kunden. Wir versuchen wirklich, dem Kunden etwas zu geben für wenig Geld, aber qualitativ gut. Und das ist wichtig. Die Qualität muss stimmen und die Qualität muss bleiben. So, ich sehe gerade eine Lücke da oben, die ich heute Abend auch füllen werde. Da kommt Lea dran, weil wir sind ja heute im Jahr zum Abschied von Star Wars. So, wir haben hier die Star Wars Sache noch. Ich habe die Funkenlagen neuen Figuren. Ich warte noch drauf. Ich warte auch heute die ganze Zeit auf das Auto. Das sollte gestern schon kommen. Also ich habe ein bisschen Ärger mit Amazon im Moment. Ihr habt ja meinen Helm gesehen. Original Helm aus Amerika. Von den Mandalorian. Ja. Könnt ihr vielleicht da oben noch sehen. Da Mandalorian. Von Disney Plus. Ich suche jetzt auch die komplette Sache, um die Puppe anzuziehen. Weil Mandalorian soll nächstes Jahr da ins Schaufenster. Und dann kommt auch Dick Disney Plus daneben. Und ja, Fern darf ich nicht anmachen. Wisst ihr ja, GEMA und so. Also wir müssen kämpfen, mein Lieben. Vor VG Wort muss weg. GEMA muss weg. Und die Zwangsgebühr muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Tut mir leid. Da werde ich für kämpfen. Im Notfall werde ich dann zur männlichen Gretaler. Wird alle Politiker anschreiben. Etc. Ich werde jetzt schon ein Statement raushauen. Das muss weg. Wir brauchen das Phone. Weil jeder ein Phone hat, kann Fernseh gucken. Er kann Kopien machen. Es kann nicht sein. Wenn ich das jetzt hier vor laufender Kamera halte, könnt ihr jetzt ein Standbild raus machen, ranzoomen und schon haben wir eine Vervielfältigung. Das ist halt so. Oder dieses hier. Das halte ich jetzt in die Hand. Mach ein Bild. Klick. Schon haben wir eine Vervielfältigung. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt für die Vervielfältigung da 100 bis 200 Euro bezahlen soll. Ja, weil ich ein Vervielfältiger bin. Eine Produktion. Ein Podcast regelrecht. Und was weiß ich nicht alles. Ich soll also 200 Euro zahlen. Und ihr macht mit diesem Foto da. Ihr friert mich jetzt ein mit dem Teil da. Oder ihr friert mich ein mit diesem Teil da. Und ihr macht die Werbung raus. Geht zum Armin. Geht zur ABM Movie. Geht da hin. Der hilft euch. Zack. Boom. So. Aber wenn ich das mache. Wenn ich das mache, soll ich 200 Euro zahlen. Also wir müssen umdenken. Meine lieben Freunde, wir müssen umdenken. Wir haben das Jahr 2020. Wir müssen wirklich umdenken. Wir müssen den Start dazu bringen, uns im Fokus zu haben als Mensch. Als Mensch. Nicht nur zu Weihnachten. Ich wünsche heute jeden. Wirklich. Jeden wünsche ich heute einen schönen Nikolausabend. Die gucken mich alle an wie ein Auto. Die fangen sogar an zu diskutieren. Ich finde das schrecklich. Ich finde das schrecklich, dass man keinem mehr einen Nikolausabend wünschen kann. Meine lieben Freunde, die ganze Dekoration, die ich gemacht habe. Das ganze weihnachtliche Interieur. Die ganzen Plakate. Filmclub. RTL-Club. Alarm für Cobra 11-Club. Meine lieben Freunde, das kann ich mir an sich knicken. Das ist so. Das kann ich mir an sich knicken, weil das will keiner. Ich strampe mich ab hier für Frank Wendler. Hier, schau mal. Frank wollte heute noch vorbei. Kann sein, dass er es macht. Wenn nicht, nicht schlimm. Er ist ja da. Ich weiß ja, wo er ist. Er hat ja auch Danke gesagt. So. Und Danke sagt natürlich Prashant nicht so, weil Prashant ist ein Inder. Und ein Inder denkt anders. Wenn ich da mit Weihnachten nicht in Klamotten komme, guckt er mich immer an. Ist klar. Also Internationalität ist ja hier auch. Prashant. Da muss ich immer gucken, wie kann ich ihn grüßen? Wie kann ich sagen, von Herzen begrüße ich dich? Das ist immer so eine Sache. Die anderen kann man ja grüßen. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr begrüßt werden möchtet. Von einem, der kein Star ist. Ja. Der nicht im Fernsehen, obwohl ihr jetzt im Fernsehen bin ich ja. An sich bin ich ein Star. Ich bin ein Star hier vor der, ja hier. In dieser Hall of Fame bin ich der Star. Und es ist klar, dass ich draußen hier in der Umgebung, wirklich hier in der Umgebung, auch unheimlich bekannt bin, wirklich. Aber dennoch bin ich kein Star. Punkt. Will ich ein Star werden? Weiß ich gar nicht. Ja. Seht ihr, ich bettel ja noch nicht mal. Kann ich bei Cobra 11 mitmachen? Ne. Ich habe noch nie gebettelt, um irgendwo mitzumachen. Keine Ahnung, damals war das halt so. Könntest du hier nicht, sorry, warum soll ich nicht können? Also hier bei Tatort Essen mitgemacht. Bei, habe ich ja gerade gesagt, Fire and Ice, ja, mitgemacht. Diverse andere Sachen mitgemacht. Ist halt so, ja. wenn ich heute, wenn ich heute persönlich hätte Zeit gehabt, hätte ich euch auch persönlich den Drehort oder vom Drehort Bilder gebracht. Ich habe aber leider keine Zeit. Ich freue mich darauf, wenn Anita und Maya aus Düsseldorf oder aus Kirchen, je nachdem, wo die ja gerade am Drehen sind, Bilder mitbringt. Und sage, hey, schaut mal und so. Es macht hier viel Spaß. Da spreche ich jetzt gerade von Cobra 11 und nicht von James Bond. Ja, James Bond gerade wird überall gefilmt und das macht unheimlich Spaß. Vielleicht mache ich was Tolles draus, aber dann wird das ja eh wieder gelöscht. Muss ich mal gucken. Also dann sollte der andere junge Mann zuschauen, der Russe. Ich hoffe, er versteht mich. Der Musiker, ich, ja, ich mache, wie gesagt, eine CD. Das ist ein weihnachtliches Geschenk. Habe ich versprochen, mache ich. So etwas mache ich meistens am Wochenende. Dann mache ich eine CD daraus und schauen wir mal, was wir da machen können. Und, also, weihnachtliches Geschenk, weil ich habe hier so einen Gitarristen, der, habt ihr ja gesehen, der war ja auch live hier und hat gespielt. Er liebt die Musik. Er komponiert auch selber und alles. Ich finde es super toll, was er da macht. Und da habe ich gesagt, gut, gib her. Und dann habe ich mir notiert, wo er ist. Wie ich gehe und wo rum. Dimitri. Dimitri sowieso. Ich weiß jetzt nicht, ob er Russe ist, musste ich mal fragen, was er ist. Rumäne, keine Ahnung. Jedenfalls mache ich ihm seine Sachen immer und vielleicht mache ich als Dankeschön, weil er ja mein Kunde ist, eine wunderschöne Musik-CD. Lasst euch überraschen. Also, ihr nicht, sondern, ja, Dimitri soll sich überraschen lassen. So, meine lieben Freunde, Hartmut Freund hat mir geschrieben, muss ich mal draufdrücken. Hartmut, auf dem Wege, ich grüße dich. Ähm, ja, Hartmut grüße ich von Herzen, Erdogan, den Mischa, den Fahrer, Pia, hat man ja jetzt mittlerweile auch kennengelernt, und alle anderen, die dabei gehören, Hermann Johar, grüße ich trotzdem noch einmal, wenn er auch nicht zuhört, aber auch egal. Gestern, gestern im Netto, erstmal alle Adventskalender geöffnet, damit die alle auf dem aktuellen Stand sind. Die waren ja tagelang im Rückstand. Und was bekommt man zum Dank? Richtig, Hausverbot. Die Schokolade war trotzdem lecker, heute geht es zu Rewe, die Witze-Seite von, genau, Nils, ja, ja, na ja, auch recht. Genau, alle Kalender sind zu, sind alle nicht auf dem neuesten Stand. Und, ihr seht ja, das ist das Türchen 5 und 6, und das war es dann auch, und zu Weihnachten weiß ich nicht. Ähm, ich frage mich manchmal, warum strampel ich mich so ab, warum mache ich das Ganze? Und, äh, ich sagte Nils jetzt, perfekt, perfekt, das perfekte Dinner, genau, ich schreibe jetzt da drunter, das perfekte Dinner, und ihr hört schon wieder, ihr hört nicht auf, meine Sachen gehen an und aus, ich habe etwas weniger zu tun, aber ich habe trotzdem zu tun, und trotzdem habe ich mir die Zeit genommen, um euch zu grüßen, ich habe mir die Zeit genommen, um euch ein Videoclip zu machen, ich hoffe, ich habe den gut gemacht, ich hoffe, der sieht auch gut aus, der Videoclip, und, äh, ja, das ist meine Hommage an euch, das ist meine Hommage, mein Dankeschön an euch alle, äh, was ihr euch einfallen lasst, welche Arbeit ihr leistet, um uns zu bespaßen, das ist ja Spaß, ihr verdient euer Geld damit, das ist auch gut so, und RTL verdient sein Geld damit, durch Quote, ist auch gut so, Hermann Joa verdient sein Geld, ist auch gut so, die Stuntleute verdienen ihr Geld, das ist gut so, Dankeschön, dass es euch geht. Hallo, ich habe mich einmal begrüßt, hier in der sogenannten anderen Perspektive, wo hier gearbeitet wird, so, ich muss dann immer so darüber schauen, wenn einer reinkommt, muss ich die Kamera ausmachen, aber wir haben heute Nikolaus, wir haben heute Nikolaus, 2019, es ist der 6.12.2019, und wir haben hier heute Morgen, also auch schon herumgeummt, weil der muss ja wohl mit einem Affenzahn, hier durchgebraten sein, und hat die sogenannte Polarluft, mitgebracht, ist saugkalt, äh, da draußen, und unsere Werbung von draußen, ist uns also auch schon, von Kunden gebracht worden. So, ich sitze jetzt hier am Schneideberg, ihr seht, ich habe nichts zu tun, äh, muss auch mal sein, und schauen, ich habe noch 6 Stunden, oder? Ja, so, 6 Stunden habe ich noch, und schauen wir mal, äh, wer sich hier heute noch verirrt. Ich hätte gerade noch eine, äh, SMS bekommen, dass wir vorbeikommen, schauen wir mal, wer da vorbeikommt. Und einige sind ja bei dem Wetter heute auf, äh, Dreharbeit, äh, besonders Cobra 11. Ich weiß nicht, ob die heute drehen, aber sie haben die Woche gedreht, und, äh, ja, viel Small Talk, und Spaß gehabt, und auch mit Nils gesprochen, mit Erdogan gesprochen. Ja, das muss man überraschen, was da so auf uns zukommt. An alle Cobra 11 Fans, Cobra 11, äh, ich habe den Zwetter da, im Notfall werde ich mir den gleich auch überziehen, weil hier doch ein bisschen kühl geworden, und, äh, ja, ich habe auch mit den anderen Schauspielern gesprochen, die halt ein bisschen Drehschluss haben. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh, live gedreht wird, James Bond, äh, ich bekomme sehr viele Informationen von dem Drehort James Bond, dem neuen, mit Herrn Quake, äh, oder wie er da ist. Ah, ey, jedenfalls habe ich das, also ich kriege jede Minute hier irgendwie, mal gucken, am Wochenende werde ich vielleicht mal zusammenschneiden, und mir das da mal gemütlich, äh, anschauen, auf großer Leinwand, äh, war immer pitchen, 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 man kann das ja direkt zusammenschneiden, und dann gucken, kann man sich so einen kleinen Halbstünder daraus machen, weil aus allen Perspektiven das gezeigt wird. So, ich habe nur gehört, dass in Euskirchen gedreht wird, für Cobra 11. Schauen wir mal, wer sich da verirrt, und die Dreharbeiten verfolgt, oder mit aufzeichnet, und dass wir das vielleicht zeigen können. Ich mache jetzt hier kein Paparazzo, ja, ich renne jetzt nicht mit der Kamera durch die Gegend, und zeichne alles auf und so, weil einige machen das, ich nicht. So, ihr merkt schon, der 6.12.2019, äh, in einem sogenannten Ruhemodus. gestern sah ich auch die drei von der Bank, die waren auch in einem sogenannten Ruhemodus. Es sind die letzten drei Wochen im Dezember, wo wir uns fragen, sollen wir jetzt Gas noch geben, oder nicht Gas geben, oder sollen wir mal ein bisschen das Gas wegnehmen. Und ihr seht, wir haben hier ein bisschen das Gas weggenommen, es ist verdammt ruhig, heute Morgen war halt noch ein bisschen stürmisch das Ganze, auch die ganzen Laudatien, von allen Seiten. Ich habe auch Erdogan einiges übermittelt, weil ich da einige schöne Sachen gefunden hatte, um ihm so eine Art Nickeleuschen zu geben, per SMS. Äh, wenn ich bekomme Daumen hoch, dann sagt er, ist okay. Und, äh, ja, Nils hat auch, ich sehe gerade wieder Spectre, Bond is back, ja, keine Zeit zu sterben, ab April 2020, im Kino. Ja, wenn also James Bond kommt, und Cobra Eleven, im April, und dann kommt auch noch Disney Plus, was sagt uns das? Das Jahr 2020 scheint ein bisschen besser zu werden, wie das Jahr 2019. Und wir sind also wieder auch tolle Schauspieler bei, und, äh, ja, schön an den Dreharbeiten, die ich mir habe jetzt ansehen dürfen, äh, was die da alles gebaut haben, zusätzlich gebaut haben, auch in den Straßen, wie die da mit Spezialfahrzeugen herumgefahren sind, ich bekomme da ein Video. Mal hier gucken. Könnte ich mir jetzt zwei hier anschauen, könnte ich, aber schaue ich mir gleich. das ist okay. Alles klar. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind hier total verbunden, weil wir ein Mediencenter sind, für eine Fotoproduktion, und andere Produktion, ich finde es gut. Das ist jetzt Anita. Anita hat ein Foto, das könnte ich mir vielleicht ansehen. Mal gucken. Ne, schaue ich mir dann auch gleich an. Okay. Also, ich habe jetzt ein Video bekommen, ich habe ein Foto bekommen, schaue ich mir gleich an. Ah, herrlich. Wie gesagt, ich gucke mir gerade auch hier so virtuell den Bond an, da geht es ja wieder richtig zur Sache. Auch den Superstunt mit der Maschine. Ja, ich habe gerade gesehen, wie er dann in der Endproduktion aussieht. Dann habe ich gesehen, wie die Leute dann rumballern waren, wie die Weltmeister. und er ist ein bisschen modifiziert. Also, ich kenne den Bondwagen von 69 aufwärts. Ey, der war nicht so. Der Austin Martin hatte keine Zimmerflagg da. Eine drehbare hat er nicht gehabt. Aber egal, ist ja Mr. Quick, der jetzt angeblich das nachdreht, wie es früher war, mit dem Austin Martin. Und in der heutigen Zeit wird das halt alles ein bisschen anders dargestellt, wie zu den Zeiten von John Connery. Und ja. So, an sich wollte ich nicht über Spekt, über Cinema, über James Bond reden. An sich wollte ich euch nur grüßen. Das habe ich ja jetzt gemacht. Ich komme hier jetzt ins Plauder, weil ich zum ersten Mal, heute ist Nikolaus. Versteht ihr? Heute ist es richtig ein schöner Nikolaustag. Gestern war ja der Nikolausabend da, so nannte man das früher, auch mit Gampus in Bayern und so. Und da habe ich jedem gesagt, ey, einen wunderschönen Nikolausabend und Nikolaus, ne? Und die gucken mich alle an, was ist das denn? Wie, was ist das denn? ne? Und heute scheint mir, haben die alle begriffen, ey, es ist Nikolaus, wir bleiben zu Hause, ne? Komm, gehen gar nicht raus. Ich meine, wenn keiner kommt, mach ich die Tür zu, geh nach Hause und leg mich hin, ne? Ist klar. Jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee, man soll nicht so viel labern, sondern mehr genießen, sondern mehr genießen. Aber, da wir hier nochmal alles mögliche sind, kann man halt auch mal labern. Ich mache hier so ein Laber-Video, begrüße alle noch einmal, die ganzen Action-Konzepts, RTL, wie die alle heißen, alle die zuschauen, alle Zuschauer, ähm, ihr guckt gerade auf die Wand da, ach ja, wie gesagt, die drei von der Bank in Ostfriesland, dann Nils, Erdogan, Pia, ja, dann die Ur-Ur-Uralten, die kaum noch ein Mensch kennt, deswegen erwähne ich erst gar nicht, ne? Theo Ling, ihr kennt auch Theo Ling, ne? Peter Stein oder Joachim Fuchsberger oder ne? Tell me, Joachim Tell me, wer kennt die? Keine Ahnung, weiß ich nicht, kennt die nicht? Aber ich kenne die, aber egal. Ja, dann auf dem Weg zeige ich noch, oder begrüße ich noch natürlich total recht herzlich den Detlef Scholzen, mit ihm auch gerade noch ein bisschen rum, er hat seinen Stiefel raus und war nicht voll, leider, der Stiefel war leer, ist wohl der Nikolaus dann vorbeigebraten an seinen Stiefeln. Ja, ich nenne das Video heute die Plauderstunde im Studio bei Avia Movie, Sonderproduktion, also NRW-Produktion für N beziehungsweise für YouTuber. So, YouTube ist natürlich jetzt alles was anderes, Web, die ja ist für die Werbung zuständig, diese YouTube ist aufgeteilt, YouTube One heißt das, wir kleinen Produktionsfirmen haben hin und wieder mal Glück, aber wir dürfen es ja da nicht zeigen und deswegen habe ich gesagt, ich mache hier so schöne Sachen, die ich auch zeigen darf und die zeige ich euch auch sehr gerne und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr auch vorbeikommt, es kommen ja auch viele vorbei und ich bekomme auch reichlich Nachrichten und bekommt ihr ja live mit. Manche sind nicht gesteuert, das ist jetzt, es könnte jetzt eine YouTube oder eine Instagram sein. Ja, das war Instagram, jetzt ein fliegenden, Nikola, seht ihr, ein fliegenden, na ist schon wieder weg, doch da ist er, ja, durch das Drehen, ein fliegenden Nikola, ist okay, also ich kann natürlich alles sehen, ich kann hier auch Video gucken, na also, stark gemacht, gut, na, cool, cool gemacht, also, Spiegel Online hat gerade ein Foto gepostet, Spiegel Online natürlich, mal klar, und das gucke ich mir gleich in Ruhe an, alles klar. So, wir haben den 6. Dezember 2019, man hat hier die allerneueste Technik, man arbeitet mit der allerneuesten Technik und das macht tierisch viel Spaß, Problem ist halt nur, dass der normale Bürger da draußen mit der allerneuesten Technik nicht zusammenkompatibel ist, er kommt mit den, die kommen halt nicht klar, ich versuche, diesen das dann irgendwie zugänglich zu machen, muss ich gucken, ja, also wie gesagt, ich freue mich jetzt heute, in 10 Tagen, äh, in 12 Tagen, heute in 12 Tagen, Star Wars, und wenn, wenn die Kamera einfängt, dann entstehen die Herrschaften, da ist ja alles Star Wars, und da ist auch der Originalhelm, äh, aus Amerika geliefert, und zwar aus der Serie, die ihr leider erst ab März, April sehen könnt bei Disney+, die Mandalorian, ne, ja, Mandalorianer, ja, genau, der hängt doch da an der Wand, den könnt ihr jetzt auch nicht sehen, ich glaube, heute könnt ihr den ganzen Tag vor der Videokamera sitzen, und euch einen erzählen, deswegen muss ich jetzt Selbstdisziplin üben, und sagen, Cut, ich wollte euch an sich nur grüßen, ich trinke jetzt, ähm, den lauwarmen Kaffee, weil ich habe ja zu viel gequatscht, übrigens, die Tassen habe ich auch da, ne, ja, he, ihr wisst ja, wie die lachen, so, nicht schlecht, wie gesagt, 2020 denke ich mir irgendwas Schönes aus, mal schauen, wer mitmacht, wen ich unter Vertrag setzen kann, mit dem ich was machen kann, Videoclips, Sendungen, irgendwas Schönes, ja, so eine Plaustunde hier habe ich vor, boah, vor vielen Jahren noch gemacht, ich glaube 20 Jahre her, da fing das gerade erst mal alles an mit YouTube, da saß ich dann hier auch, und da war noch Büro, Büro, und, äh, da war Drehpause, und da hatte ich mich dann auch vor der Kamera, und hatte dann darüber, der andere musste, oder wurde angerufen, er sollte zu, ähm, Alarm für Koro 11, sag ich, das geht nicht, wir müssen arbeiten, da kann ich jetzt hier einfach, äh, aufstehen, losrennen, und da arbeiten, das geht nicht, äh, den konnte ich also nicht freigeben, ging nicht, keine Ahnung, was da gedreht ist, also manchmal passieren hier die deutschen Klöpse, da muss ich immer schmunzeln, da wir ja persönlich, überhaupt nicht, mit jemandem etwas zu tun haben, nur dann, wenn wir einen Auftrag kriegen, und ich hab, Hi, Grüße, und dann geht das, ah, ich komme, halt, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, Vielen Dank.